Einen schönen guten Morgen und willkommen zum ING Markets Morning Call für Montag, den 7. Oktober. Wir beginnen direkt mit dem Monatschart im DAX, wo wir ja die Fibonacci-Faker-Linie, die untere Fibonacci-Faker-Linie hier zunächst erobern konnten. Die obere Fibonacci-Faker-Linie, die hellbraune Linie, konnten wir noch nicht erobern. Wir sind hier wieder nach unten abgeprallt und befinden uns hier direkt an der unteren Fibonacci-Faker-Linie im Bereich von ungefähr aktuell 19.000 Punkten. Das bedeutet, sollten wir hier den Bereich um 19.000 Punkte nach unten durchbrechen, dann wäre hier mit einem weiteren Kursrückgang zu rechnen. Langfristig wäre dann auch die nächste Auffangmarke wenigstens im Monatschart hier der 10er EMA, der aktuell weiter ansteigend ist und im Bereich von 18.300 Punkten ungefähr notiert. Wir gehen dann einige Zeitebenen tiefer in den 4-Stunden-Chart. Der 4-Stunden-Chart ist für den kurzfristigen Verlauf von hoher Bedeutung. Wir sind davon ausgegangen, dass wir hier nach dem Abprall im Bereich von 19.000 Punkten zunächst eine normale Erholung durchführen, die dann aber nur den Bereich um den 10er EMA erreichen sollte. Wir sind dann etwas weiter hochgelaufen, bis in den Bereich von 19.200 Punkten ungefähr, sind hier aber bisher wenigstens wieder nach unten abgeprallt und könnten nun hier nach dem Hochlauf, nach der Erholung vor einer neuen Abwärtsbewegung stehen und den übergeordneten Abwärtstrend im 4-Stunden-Chart hier weiter fortsetzen. Und in diesem Bereich sollte dann auch hier die Unterstützung um 19.000 Punkte nachhaltig fallen und wir dann weiter Kurs nehmen im 4-Stunden-Chart auf die Unterstützung hier um 18.700 Punkte ungefähr, die dann auch durch den 200er EMA, der aktuell bei 18.690 Punkten notiert, dann weiter verstärkt werden sollte. Das bedeutet, dass der DAX nur kurzfristig hier diese Erholung durchführen sollte und wir in der Folge dann weiter abgeben sollten. Zu beachten ist aber, wie wir uns hier am 10er EMA im 4-Stunden-Chart verhalten. Der 10er EMA notiert aktuell bei 19.130 Punkten ungefähr. Können wir in diesem Bereich hier diesen 10er EMA verteidigen, hier wieder nach oben abprallen, dann wäre kurzfristig zunächst mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen. Ein Durchbruch nach unten würde dann natürlich die Erwartung bestätigen, dass wir hier dann vor weiteren Abgaben stehen. Wir machen dann weiter mit dem S&P 500 im hier vorliegenden Wochenchart. Da notieren wir unverändert hier seitwärts an der oberen Trendkanalbegrenzung des langfristigen Trendkanals. Zu beachten ist hier, dass der Stochastikindikator bereits deutlich im überkauften Bereich notiert und wir hier höchstwahrscheinlich einen Verlaufshoch erreichen sollten und dann wieder nach unten abdrehen sollten, was dann eher darauf hindeuten würde, dass hier kein Ausbruch nach oben gelingt im S&P 500 aus dem Trendkanal, sondern dass wir dann erst vor einer längeren Abwärtsbewegung stehen sollten. Vor einem nahenden Verlaufshoch deutet auch hier der Fear & Greed Index von CNN Business hin, der noch so gerade eben im Quantiel Greed notiert, aber bei einem nur leichten weiteren Anstieg hier das Quantiel Extreme Greed erreichen sollte und damit eine deutliche Überkauftheit signalisiert. Und auch hier ist dann eher davon auszugehen, dass wir hier vor einem baldigen Verlaufshoch stehen sollten und dann in der Folge wieder nach unten abdrehen sollten und die Quantiele Greed neutral 4 und eventuell auch je nach Lage dann Extreme 4 erreichen sollten. Gut und damit wären wir dann auch wieder durch mit dem ING Markets Morning Call für den heutigen Montag. Beachten Sie bitte die weitere Lage im Nahen Osten. Sollte es da zu einer weiteren Eskalation kommen, sollte dies natürlich auch die Märkte weiter belasten und wir dann vor einem weiteren Kursrückgang stehen. Ich melde mich später noch mit dem ING Markets Chartflash und dann noch unter dem Kommentarbereich unter dem YouTube-Video. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg im heutigen Trading, einen schönen Wochenbeginn und bis morgen. Vielen Dank.